Na, was wünscht ihr euch zu Ostern? Äh, bitte schick uns Spielsachen. Spielsachen hab ich leider keine. Dafür aber die besten und verrücktesten Zeichentrickfolgen. Wir sollten das unbedingt live online streamen. Ja, okay. Also, schnallt euch an und macht euch bereit. Eigentlich darf ich nur in Begleitung fahren. Für Ostern mit Zeichentrick bei Nick. Ab nächster Woche täglich um 13.50 Uhr. Nur bei Nick.